Gaius Julius Caesar war eine zentrale Person in der Politik am Ende der römischen Republik und in diesem Video und in einem zweiten Teil will ich euch seine Biografie vorstellen. Und zwar soll es in diesem ersten Teil von seiner Geburt im Jahre 100 v. Chr. bis zum Ausbruch des Gallischen Krieges 58 v. Chr. gehen und im zweiten Teil wollen wir uns dann den Gallischen Krieg 58 v. Chr. beginnend anschauen bis hin zu seiner Ermordung an den Iden des Märzes des Jahres 44 v. Chr. Bevor ich jetzt einsteigen werde mit der Biografie, will ich eine Kleinigkeit zum Namen loswerden. Ihr habt das eben schon gehört, ich habe Caesar gesagt. Im deutschsprachigen Raum wird man wahrscheinlich am meisten und am häufigsten Caesar hören. Allerdings bevorzuge ich die Aussprache Caesar, weil es eben die antike Aussprache seines Namens ist. Das ist die Aussprache, die seine Zeitgenossen auch gebraucht haben. Und deswegen werde ich in diesem Video auch von Caesar reden. Gut, beginnen wir mit der Geburt. Am 13. Juli 100 v. Chr. wird Gaius Julius Caesar in Rom geboren. Wir haben ja schon das erste Problem, was die Jahresangabe betrifft. Es ist nicht ganz sicher, ob das Jahrhundert v. Chr. richtig ist. Denn wir haben Zweifel deshalb, weil er Ämter erreicht hat in einem Alter, in dem er eigentlich dieses Amt nicht innehaben dürfte. Also es war in der römischen Republik so, dass man zum Beispiel für das Amt des Ädils oder des Präators oder des Konsuls ein bestimmtes Alter haben musste, um dieses Amt ausüben zu dürfen. Und wenn wir das Jahrhundert v. Chr. annehmen, dann bekommen wir bei einigen Ämtern ein Problem, denn dann war Caesar jünger, als es eigentlich vorgeschrieben war. Und die Frage ist, ob das wirklich bei Caesar der Fall ist, quasi eine Ausnahme ist, oder ob Caesar nicht deswegen etwas älter sein müsste. Und die alternative Datierung wäre dann 102 v. Chr. Aber ich schließe mich hier mal der Mehrheit an. Die Mehrheit sagt 100 v. Chr. Und das nehmen wir jetzt mal hier als Geburtsjahr. Er entstammt, wenn man auf seinen Namen blickt, aus der Familie der Julier. Und diese Julier sind ein altrömisches Patrizier-Geschlecht, also ein Adelsgeschlecht. Und auch wenn diese Familie sich mythologisch auf die Gottheit Venus beruft und auf Enäas, muss man sagen, dass diese Familie nicht zur absoluten Oberschicht gehört hat im Jahre 100 v. Chr. Die Familie war nämlich im Vergleich zu anderen Adelsfamilien gar nicht so reich. Das heißt nicht, dass sie arm gewesen sind. Sie hatten auch schon genug Reichtum, um einen guten Wohlstand zu finanzieren, um ein ausschweifendes Leben zu finanzieren. Aber sie waren nicht so reich wie die führenden Adelsfamilien dieser Zeit. Und in der Familie gab es keinen, der das höchste Staatsamt bekleidet hatte in der jüngsten Zeit, also das Konsulat. Die höchste Ehrung war da schon das Amt des Vaters, der im Übrigen auch Gaius Julius Kaiser hieß. Dieser war 92 v. Chr. Prätor, aber Konsul wurde er nicht. Der Vater ist übrigens 85 v. Chr. gestorben und er arrangierte eine Verlobung zwischen Kaiser und Kossuthia. Diese Verlobung sollte allerdings nie in eine Ehe münden, das werden wir gleich sehen. Wo wir gerade beim Vater sind, gehen wir mal zur Mutter über. Diese ist Aurelia und Kaiser hatte noch zwei Schwestern, Julia Major und Julia Minor, also die ältere und die jüngere Julia. Und die Julia Minor, also die jüngere Julia, ist zugleich die Großmutter von Octavian, dem späteren Augustus. Und das ist die verwandtschaftliche Beziehung zwischen Kaiser und Augustus. Das also mal so weit zur Geburt und dem familiären Ursprung. Und jetzt fangen wir mal an mit einem ersten wichtigen Jahr. Und das ist das Jahr 84 v. Chr. Man muss sagen, über die ersten Lebensjahre von Kaiser wissen wir nicht allzu viel. Und deswegen beginnen wir hier mal mit 84 v. Chr. Der Vater ist wie gesagt 85 v. Chr. verstorben und Kaiser löst jetzt diese Verlobung wieder auf mit Kossuthia. Und stattdessen heiratet er eine gewisse Cornelia Kina. Und diese Cornelia Kina ist niemand anderes als die Tochter des Konsuls Lucius Cornelius Kina. Und dieser Konsul ist selbst popular. Und damit gelangt Kaiser ganz schnell selbst auf die Seite der Popularen. Man sollte an dieser Stelle sagen, es gibt einen Dualismus in der römischen Republik in der Zeit. Es gibt auf der einen Seite die Parteiung der Popularis, also der Popularen. Und auf der anderen Seite gibt es die Optimatis, die Optimaten. Und diese stehen sich entgegen. Und es gibt immer wieder Machtkämpfe. Und bald nach 84 v. Chr. sollte Sulla an die Macht kommen. Ein Optimat. Und der sollte strikt und hart gegen führende Popularen vorgehen. Und damit geriet auch Kaiser selbst ins Visier von Sulla. Also, was wir an dieser Stelle aber sagen müssen. Diese Hochzeit mit Cornelia Kina ist eine politische Hochzeit. Und das werden wir bei den anderen Hochzeiten von Kaiser auch sehen. Er war nämlich mehrmals verheiratet. Und diese Hochzeiten hatten in der ersten Linie, in erster Linie also, einen politisch motivierten Hintergrund. Es ging um eine bessere Machtposition. Und Cornelia Kina eben als Tochter eines der führenden Popularen sorgte dafür, dass Kaiser selbst innerhalb der Popularen gleich eine hohe Stellung inne hatte. Und er wird von Lucius Cornelius Kina dann zu einem Priester gemacht und ernannt zum Flamen Dialis. Das war also das Geschenk dieser Hochzeit. Und das war ein relativ hohes Priesteramt für den jungen Kaiser. Im Übrigen war Kaiser noch auf eine andere Weise mit dem Popularen verbunden, und zwar über seine Tante Julia, denn diese war die Frau von Gaius Marius. Und das war ja der Anführer der Popularen schlechthin in dieser Zeit. Und insofern hatte also Kaiser eine enge Bindung schon gehabt an die Popularen, und das wird dann unter Sulla zum Problem. Dieser Sulla nämlich kehrt 83 v. Chr. zurück auf die italische Halbinsel, und zwar über Brundisium. Das ist das heutige Brindisi in Apulien. Und er wird kurz darauf Diktator und Herrscher über das Imperium Romanum somit. Und warum wird er das? Nun, zum einen ist Kina gestorben, und der Sohn des Marius, der die Nachfolge innerhalb der Popularen hatte, und damit also ganz oben stand bei dem Popularen, herrschte relativ tyrannisch. Und so war es für Sulla ein leichtes, sich zu erheben, und eben den Sohn des Marius zu beseitigen. Und nun war Sulla an der Macht, und er ging dann also als Optimat gegen die Popularen vor. Und Sulla geht auch gegen Kaiser vor, er entzieht ihm zunächst das ihm anvertraute Priesteramt, er zieht die Mitgift seiner Ehe ein, und was auch noch kommt, er verlangt die Scheidung von Cornelia, was Kaiser allerdings nicht tun möchte. Er widersetzt sich dem, er versucht zu fliehen, wird allerdings gefangen genommen, und Sulla hätte ihn durchaus hinrichten lassen können, oder hätte ihn sogar hingerichtet. Allerdings hatte Kaiser das Glück, einige mächtige Fürsprecher für ihn zu haben bei Sulla, und so entgeht Kaiser der Hinrichtung, und er wird begnadigt. Allerdings ist es für Kaiser sehr gefährlich, in Rom zu bleiben, und deswegen verlässt er auch Rom, und wird zunächst einmal Offizier unter Marcus Minucius Thermus. Das ist, wie ihr hier sehen könnt, der Probrätor und Stadthalter der Provinz Asia, also es geht nach Osten, nach Kleinasien, in die heutige Türkei, in dieses Gebiet. Und dieser Offizier, Marcus Minucius Thermus, führt jetzt einen Kampf auf Lesbos, und zwar geht es um die Stadt Mytilene, die er einnehmen möchte, allerdings braucht er dazu eine Flotte, oder Unterstützung, und deswegen soll Kaiser mit dem König von Bithynien reden, das ist Nikomedes IV., und in dieser Zeit ist er also dann am Hof, also Kaiser am Hof von Nikomedes, und das ist deswegen bedeutsam, weil man ja hin und wieder liest, Kaiser soll in dieser Zeit homosexuell gewesen sein, er soll ein Verhältnis mit diesem König gehabt haben, aber stichhaltige Beweise dafür gibt es nicht. Es ist einfach so, er war relativ lange an diesem Königshof, und daher kommen dann die Gerüchte. Nun, danach, nach diesem ersten Dienst im Militär, kommt noch ein zweiter Dienst im Militär, unter Publius Servilius Vatia Isauricus, das war der Prokonsul in Kilikien, allerdings ist dieses Wirken dort sehr kurz, denn Sulla verstirbt 78 vor Christus, und das bietet Kaiser die Möglichkeit, nach Rom zurückzukehren, der Diktator, der ja eigentlich auch abgedankt hatte, ist jetzt aber tot, und jetzt könnte es zu einer politischen Neuordnung in Rom kommen. Kaiser geht also jetzt nach Rom zurück, und dort tritt er zunächst als Gerichtsredner auf und Ankläger gegen einige Sulaner, zum Beispiel gegen Gnaeus Cornelius Dola Bella. Er schafft es zwar nicht, dass Dola Bella verurteilt wird, allerdings soll er sich rednerisch sehr hervorgetan haben, denn wir wissen aus einer Bemerkung von Cicero, oder Kikero besser gesagt, auch hier die antike Aussprache beachtend, wir wissen von Kikero, dass er sich wohl sehr gut geschlagen hat. Also, es gibt da eine Notiz von Kikero, in der er sich sehr lobend über Kaisers Redekunst in dieser Zeit äußert. Nun, wir haben aber gesehen, Kaisers verliert vor Gericht, die Lage in Rom ist nicht unbedingt so klar, vielleicht auch nicht so klar, wie es sich Kaisers gewünscht hat, also geht er auch erst einmal wieder, er geht nach Rhodos, und der Sinn und Zweck dieser Reise nach Rhodos ist unter anderem eine vertiefte rhetorische Ausbildung, und zwar beim Rhetor Molon unter anderem. Also er ist ja schon als Redner aufgetreten, aber wie das so ist, man will sich ja als Redner noch weiter fortbilden, und gerade wenn man politische Ambitionen hat, dann war natürlich eine rhetorische Ausbildung, eine gute und solide rhetorische Ausbildung unabdingbar. Es gibt dann eine Episode, die auch relativ bekannt ist aus dieser Zeit. Kaisers wurde nämlich gefangen genommen durch Piraten, und zwar bei der Insel Pharma-Kussa. Er wurde gegen eine Zahlung eines Lösegeldes von 50 Talenten freigelassen, und Kaisers übte dann Rache. Er stellte eine private Seestreitmacht zusammen und suchte diese Piraten auf. Er fand sie und ließ sie dann kreuzigen. Also das war die Rache des Kaisers für seine Gefangennahme. Und nachdem er jetzt also in Griechenland war, auf Rhodos, und sich rhetorisch fortgebildet hat, kehrte er dann wieder nach Rom zurück, und er wird 73 vor Christus in das Priesterkollegium gewählt und ist damit also ein Pontifex. 69 vor Christus dann beginnt die richtige politische Karriere mit dem ersten wichtigen Amt in der Leiter und der Hierarchie. Und ich werde das gleich nochmal einblenden, wie das aussieht. Er ist Questor. Und als Questor ist er unter anderem für Finanzen zuständig. Er ist in Spanien unter dem Pro Praetor Antistius Vetus und wird nach seiner Zeit als Questor aufgenommen in den Senat. Und wir sehen das hier, wie diese Ämter geordnet sind. Und ich kann es ja mal gerade hier mit der Maus zeigen. Also hier befinden sich die Questoren. Das ist noch ganz unten bei den wichtigen Ämtern. Danach wird man Edil, dann Praetor und dann Konsul, wenn alles gut geht. Und das ist also die typische Ämterlaufbahn. Also Kaiser beginnt, wie es nun mal üblich ist, hier unten bei den Questoren. Und die Questur hat er 69 vor Christus. Als nächstes steht also das Edilat an. Er muss Edil werden. Und das gelingt ihm dann auch. Das werde ich aber gleich zeigen. Für das Jahr 69 vor Christus gibt es nämlich noch eine Kleinigkeit zu erwähnen oder ein paar Kleinigkeiten zu erwähnen. Es gibt auch, wenn man so will, Rückschläge. Zum einen verstirbt seine Tante Julia. Zum anderen verstirbt seine Frau Cornelia. Aber es gibt dann wiederum etwas Positives für ihn. Nämlich eine weitere Hochzeit. Und zwar mit Pompeja. Ich hatte es ja angedeutet, es sind politische Hochzeiten, größtenteils bei den Römern in der Adelsschicht. Und hier kann man gleich auch erkennen, was der Sinn und Zweck dieser Hochzeit ist, wenn man weiß, Pompeja ist die Enkelin von Sulla. Und darum ging es also jetzt Kaiser. Er wollte also wieder so einen Ausgleich herführen, eine Beruhigung der Lage herführen. Und er wollte also die Sulaner besänftigen und damit auch die Optimaten. Und deswegen also diese Hochzeit, also eine weitere politische Hochzeit. Jetzt aber weiter in der Ämterlaufbahn. Wie gesagt, Kurulicher Edil ist das Nächste, was man anstreben konnte. Das hat er auch. Und 65 vor Christus wird er Kurulicher Edil. Und so als Edil ist das, was am meisten hängen bleibt, die Ausrichtung von öffentlichen Spielen. Und diese sind unter Kaiser sehr kostspielig. Und man kann sich vorstellen, auch für einen reichen Adligen wie Kaiser sind diese Spiele so kostspielig, dass man Schulden macht. Und letztendlich macht Kaiser auch Schulden. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass er zu dieser Zeit schon Kontakt hatte zu Marcus Licinius Crassus, dem, wie man sagt, reichsten Mann Roms in dieser Zeit. Und der könnte ihm da das eine oder andere an finanzieller Hilfe zugestanden haben, sodass die Spiele eben noch toller geworden sind oder noch aufwendiger geworden sind als unter anderen Edilen. Aber es geht ja vor allen Dingen darum, als Edil in der Bevölkerung einen guten Ruf zu haben, um dann die weiteren Ämter auch erreichen zu können. Denn immerhin wählte ja das Volk dann letztendlich auch den Präter und den Konsul. Also darum ging es ja letztendlich. 63 vor Christus dann wird Kaiser Pontifex Maximus oder Pontifex Maximus und das ist ein Amt, das ist der Oberpriester und dieses Amt ist eigentlich untypisch für jemanden, der nur Edil und Questor war, aber hier dürfte der eben genannte Crassus mitgewirkt haben. Wie gesagt, Crassus hat eben auch das Geld, um Kaiser da zu protegieren und zu unterstützen. 63 vor Christus ist auch das Jahr der katilinarischen Verschwörung, die auch relativ bekannt ist, zumindest unter denjenigen von euch, die Latein in der Schule gelernt haben und dann eben auch Reden Kikeros gelesen haben. Die katilinarische Verschwörung ist so eine Standardrede. Nun, Catilina versuchte, den Staat umzustürzen, seine Verschwörung scheitert allerdings. Kikero ist in dieser Zeit auch Konsul und er ist dann dafür unter anderem verantwortlich, wie mit diesen Katilinariern Katilinariern umgegangen werden soll. Nun, und wie mit auch Katilina umgegangen werden soll. Zunächst einmal stellt sich die Frage, hatte Kaiser irgendwie Kontakt zu diesen Katilinariern, das wird immer wieder gefragt, oder zu Katilina selbst. Also was man weiß ist, dass Kaiser und Katilina sich kannten aus früherer Zeit, aber man muss genauso sagen, eine direkte Mitwirkung Kaisers an dieser Verschwörung ist nicht nachweisbar. Was wir aber durch Salust wissen, ist, dass Kaiser eine Rede gehalten hat gegen die Hinrichtung der gefangenen Katilinarier. Das allerdings sollte jetzt nicht so hellhörig machen, dass Kaiser hier jemanden schützen wolle, dem er vielleicht doch enger verbunden ist, als es scheint. Es ist nun mal so, dass die Hinrichtung von römischen Staatsbürgern nun mal nicht so einfach war und wie wir von Kikero wissen, es hatte dann ja auch Konsequenzen für ihn. Die Katilinarier, die gefangen genommen worden sind, werden letztendlich hingerichtet, aber das sollte einen Knick in der Folge für Kikeros Karriere bedeuten, denn er wurde dann angeklagt, hier wieder das Gesetz vorgegangen zu sein. Also das war also nicht so einfach und trotz des Notstandes hier die Katilinarier hinrichten zu lassen. So, schauen wir jetzt mal wieder auf die Ämterlaufbahn 62 v. Chr., dann wird Kaiser Praetor, also das letzte Amt vor dem Konsulat und in diesem Jahr kommt es zum sogenannten Bonadea-Skandal. Im Haus des Praetors wird nämlich immer zu Ehren einer Gottheit das Bonadea-Fest abgehalten. Es ist allerdings ein Fest nur für Frauen und auf diese Feier schleicht sich Publius Clodius Pulca ein, verkleidet als Frau. Er fliegt auf und das ist nicht nur für Pulca natürlich eine peinliche Sache und dafür wird er auch angeklagt. Kaiser vermutet eine Beziehung zwischen eben jenem Pulca, also Publius Clodius Pulca und seiner Frau Pompeja und so kommt es zur Scheidung von Pompeja. Und damit hat natürlich Kaiser auch die Möglichkeit eine neue politische Hochzeit einzugehen, die dann auch bald eingegangen werden wird. Zunächst einmal schauen wir mal auf das Nächste. Nachdem man Praetor war, ist man dann auch ein Jahr lang Pro Praetor. 61 v. Chr. ist Kaiser das in Spanien, also auf der hispanischen Halbinsel in Hispania Ulterior und Kaiser, das hatte ich ja schon angedeutet, hat Schulden gemacht und die waren nicht gerade gering und so wollten seine Gläubiger eigentlich verhindern, dass Kaiser nach Hispania reisen könnte, aber Crassus hilft ihm dabei aus, mit 830 Talenten verbirgt er sich für Kaiser und so kann Kaiser nach Hispanien gehen und das Ziel von Kaiser ist es in dieser Zeit möglichst viel Geld machen zu können und deswegen führt er auch kriegerische Auseinandersetzungen und Feldzüge gegen Einheimische, um eben seine Schulden zu verringern, denn die waren tatsächlich immens zu dieser Zeit. Dann kehrt Kaiser zurück und das nächste, das er anstreben konnte, war natürlich das Konsulat und das wollte er auch. Allerdings, dieses Vorgehen in Hispanien und natürlich waren auch noch einige Optimaten in bedeutenden Positionen und Optimaten gab es ja immer noch, es gab viele Gegner von Kaiser und diese wollten verhindern, dass Kaiser jetzt noch Konsul werden würde und jetzt kommt es also zu einer Gegenreaktion von Kaiser, er schmiedet nämlich ein Dreierbündnis. Wann genau das der Fall ist, wissen wir nicht ganz genau, aber was wir am Ende haben, ist das erste Triumvirat, bestehend aus Crassus, der eben das Geld hatte, das ist also eben jener Crassus, von dem ich eben schon häufiger gesprochen habe. Dann Pompejus, Pompejus Magnus, ein bedeutender Feldherr, der im Osten des Römischen Reiches zu der Zeit gekämpft hat und sich einen Namen gemacht hat. Er war also derjenige, der die Soldaten mitbracht und dann haben wir Kaiser, der von den Dreien eigentlich der unbedeutendste ist, aber der dann eben für die Politik gestanden hat. Also Crassus das Geld, Pompejus das Heer und Kaiser die politischen Verbindungen und wenn man nicht vergessen sollte, ist der Volkstribun Vatinius, der mit in diesem Bündnis war, denn der Volkstribun hatte ja ein Vetorecht und in dem Vatinius in dem Bündnis war, konnte man also hier auch sicher sein, dass die Gesetze, die erlassen werden, nicht blockiert werden würden. Und jetzt kommt es zu einer weiteren politischen Hochzeit, allerdings nicht von Kaiser selbst, sondern von seiner Tochter. Kaiser hatte nämlich in der Zwischenzeit auch eine Tochter, nämlich Julia und diese Julia wird jetzt mit Pompejus verheiratet und das sollte dieses Bündnis zwischen den Männern hier noch bekräftigen. Und jetzt hatte also dieses erste Triumvirat eine große Machtfülle und so verwundert es also kaum. 59 vorgerüstet wird Kaiser tatsächlich Konsul und er macht jetzt genau das, was eben Pompejus und Crassus von ihm auch wollen. Er beschließt Gesetze im Sinne der beiden, unter anderem zum Beispiel ein Ostsiedlungsprogramm für Veteranen des Pompejus, die sollten nämlich Land bekommen nach den erfolgreichen Kämpfen und der Senat wollte das eigentlich nicht. Und ja, jetzt mit einem Konsul Kaiser war das kein Problem. Auch die Neuregelung der östlichen Provinzen durch Pompejus wurde erlassen und es wurden auch Gesetze im Sinne von Crassus erlassen. Also alles in allem, also machte Kaiser genau das, was die anderen Herren in diesem Triumvirat von ihm verlangten. Und man kann sich aber vorstellen, dass Kaiser damit natürlich sich nicht unbedingt Freunde gemacht hat bei den Senatoren oder bei seinem zweiten Konsul, also es gab ja immer zwei, bei seinem Partner. 59 vor Christus heiratet dann Kaiser erneut und zwar eine gewisse Kalpurnia, das ist die Tochter eines Senators, nämlich von Lukius Kalpurnius Piso Kainoninus. Und jetzt schauen wir mal so langsam Richtung Geilichen Krieg, denn Kaiser ging natürlich sehr radikal vor, indem er einfach Gesetze erlassen hat, ohne sich mit dem anderen Konsul abzusprechen. Das erste Triumvirat hatte ja eben die Machtfülle und ich hatte ja gesagt, es gab jetzt viele Gegner von Kaiser und die wollten ihn unbedingt nach seinem Konsulat anklagen. Solange er Konsul war, genoss er eine Immunität. Aber nach dem Konsulat, also 58 vor Christus, wäre diese eigentlich erloschen. Und so musste Kaiser jetzt handeln und er hatte ja zum Glück dieses erste Triumvirat, dieses mächtige Bündnis und so kommt es dazu, dass ihm eine Propretur gewährt wird für fünf Jahre über Illyrien und dann noch über Gallien, also über das gallische Gebiet, das man in dieser Zeit besessen hatte. Das war nicht so groß, also es war nur ein kleiner Teil des heutigen Frankreichs. Aber für fünf Jahre sollte Kaiser diese Propretur erhalten und damit war er für die nächsten fünf Jahre erst einmal immun und hatte einen Rechtsschutz. Aber was in dieser Zeit auch schon bemerkt werden kann, ist, dass die Optimaten versucht haben, Pompejus aus diesem Bündnis herauszubekommen, um dieses Bündnis zu sprengen, um dann gegen Kaiser vorgehen zu können. Zu diesem Zeitpunkt allerdings scheiterte das und dieses erste Triumvirat konnte nicht gesprengt werden. Damit sind wir jetzt beim geilichen Krieg, aber das will ich dann im zweiten Teil abhandeln und zum zweiten Teil gelangt ihr dann, indem ihr entweder unten in die Beschreibung schaut und dem Link folgt oder indem ihr die Infokarte zu diesem Video benutzt.